So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu... Alter, Schwimmel... Äh, Modern Warfare! Und zwar der Story. Oh, sind wir da? Sind wir jetzt beides? Ja, okay. Ich weiß nicht, Scharfschützengewehr... Hier ist ein PKM. Aber... Wieso kann ich nicht einfach beides haben? So, PKM und Scharfschützengewehr. Sind wir da? Alex, lass sie genau in die Helis krachen. Äh... Ja? Bleib unter. Luftstützpunkt ist gleich voraus. Nja! Perfekt! Kein Treffer! Wuppala! Aber das sah nicht aus, als wäre ich aufgesetzt, oder? So, dass wir genau in die Helis krachen. Müssen erstmal kurz ein bisschen... ...nochmal ein bisschen leiser machen, glaube ich, oder? Lautstärke ist schon so gering. Naja, okay. Ich bin drin. Bleib unter. Luftstützpunkt ist gleich voraus. Geht direkt auf die Helis krachen. Ja, was? Gut geflogen, Brüja. Gehen wir runter. Dann gehen wir mal los. Ihr Luftstützpunkt liegt direkt voraus. Okay, zwei gibt uns mit den... Ecke 3, 2 Bruncher. Lokale Einheiten nähern sich Barkovs Stützpunkt. Brauchen Luftunterstützung. Bestätigt 3-1. Wir schießen nicht gekennzeichneten Kampfhubschrauber zu ihrer Position. Bereithalten. Verstanden. Wir greifen ihre Waffen, Kameraden, und übernehmen ihr Flugfeld. Jawohl, Karin. Wir kämpfen, um Ur-Sigstan zu befreien und uns unser Land zurückzuholen. Für Ur-Sigstan! Für Ur-Sigstan! Hinten! 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 Ah, okay. Okay, ja, lass die mal alle rennen. Wo kommt denn hier noch Geschuss? Hinten! Jawohl! Arne, ich muss hier ein Scheiß und Scheiß, in die Bankeracht hat. Jawohl! Jawohl! Zwei, sicher Helikopter! In der Luft und Einsatz bereit! Nein, die Krone sind bereit. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Elik, Flieger, enthüren Sie! Elik, Elik! Elik, Flieger, flieger! Sie haben schon ein paar Wurzeln! Sie haben schon ein paar Wurzeln! Sie sind die Leute! Sie sind die Terroristen! Sie sind die Bespielerinnen! Sie sind hier schnell! Sie sind die Wurzeln! oh oh Spadouche! Weggesenzt! Ups! Freund-Feind-Erkennung ist hier etwas schwieriger. Ups, Entschuldigung. Habe ich mich selbst weggesetzt? Ist überhaupt nicht gesichert! Was ist denn der da für ein Schmarrn? Was ist denn der da für ein Schmarrn? Was ist denn der da für ein Schmarrn? Der da für ein Schmarrn! Oh-oh! Der da für ein Schmarrn! Schleichi, Schleichi. Alex, Flieger sind bereit. Flieger sind in der Luft, Alex. Statt, Alex. Ich spiel nach. Waffenkammer gesichert. Rotes Gebäude. Rein da. Alex, wer Flieger sind bereit? Alex, die Waffenkammer ist das rote Gebäude. Waffenkammer gesichert. Sehr gut. Draußen sammeln. Die Räuber liegt hinter dem Tor. Alle zum Tor. Brauche ich irgendwas Neues? Habe ich nicht. Fühle mich hier ganz wohl. Ich muss hier mal Munition wie oder nicht, aber sonst... Danke. Geht. Obwohl, was ist denn da? Aber es hat kein Visier. Nee. Das mag gut sein. Es lässt sich nicht öffnen. Verdammt! Wir müssen da durch. Das ist der Weg zur Rollbahn. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde es rammen. Ja, da kommt die da. Weg geballert. 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 Der ist noch da. Wir rücken zur Rollbahn vor. Ich sehe es, Bruder, wir brauchen das, wir gehen in der Luft. Okay. Du bist schon so viel Lucky machen hier, weiß ich dich. Der ist noch da. Der ist noch da. Jetzt werde ein Moment. Ein Heli ist unterwegs. Bisher kommt sind wir allein. Wo ist die letzte Wachenkammer? Oh, zeig dich. Ich seh doch, dass du da bist. Ich weiß, du bist da. Oh, oh, shit. Da hat es mich dann aber doch erwischt. Mies hat es mich da zerfetzt. Oh. Oh, shit. Ich häng fest. Oh, shit. Oh, shit. Oh, scheiße. Ah, wollen wir noch wen? Oh, shit. Wen schießt denn der? Oh, scheiße. Ach, das gibt's doch ja nicht. Malin. 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 Jede Wette, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann kommen sie rausgeschissen, ne? Dann ziehe ich mich nochmal taktisch zurück. Ah! Taktischer Rückzug! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalal! Jetzt haben sie schlau gelöst. Uppala! Da ist ich getarnt. Ich höre sie! Alex! An die Tür! Gebt ihm Deckung! Verschlossen! Lass deine Dachluke, Alex! Hilf mir hoch! Und hey, hüpf! So. Hier, Alex! Eins, zwei, drei! Waffenlager leer in Alex! Eins, zwei, drei! Alex, spring in das Waffenlager. Spreng du doch da rein. Letzte Waffen können wir sicher. Ich hab Nachschub. So. Okay, das war's mit der Runde. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.